und damit herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft mit nevergast und gerade ist eine schaurige musik angegangen und ich werde diesen zombie töten okay es ist nachts wir wissen nicht wo wir sind aber es ist ziemlich hell es ist vollmond auf ess ohne gebrüll ganz leise der creeper der macht ein bisschen sorgen ich gehe mal weiter in die richtung wir hin müssen und hoffe dass ich nicht an zu vielen monstern vorbeikomme ich bin sicher zum glück aber das war es dann auch und ich hoffe dass es kein creeper in die luft jagt dem rest kann man ja noch entkommen dass er na gut also ziel für diese folge für diese aufnahme nach hause kommen und irgendwas anfangen zu bauen nach ewigkeiten jetzt mal da sind immer noch neue biome das heißt wir sind immer noch nicht zu hause das ist äußerst uninteressant na gut ich habe irgendwie ein bisschen angst in den wald rein zu laufen aber na gut habe ich denn irgendwas zu essen noch gar nicht sind es nur schafe die legendären wolle schafe die kein fleisch besitzen hat man ja von paar auf folgen schon mal ich habe keine nahrung das ist ein bisschen doof das ist ein bisschen doof ich weiß noch nicht wo ich bin Ich höre nur, ah genau das. Genau das höre ich. Aua. Lass mich in Ruhe. Ach komm. Hilfe. Oh, bin ich nächstes wieder im freien Land, aber... So. Okay, ein bisschen Nahrung haben wir jetzt wieder. Intus. Aber immer noch nichts ausreichendes, die Nacht geht noch ein bisschen. Boah, ne. Bühnchen. Sehr schön. Jetzt regenerieren wir wenigstens kurz ein bisschen Leben. Ah, Skelett. Aber warum hat es mich getroffen? Warum? Okay, ganz vorsichtig. Super. Sehr gut. Ich hoffe ihr seht auf YouTube überhaupt noch irgendwas jetzt von dem was ich hier mache. Oh, das sind Hexen. Oh, das sind Hexen. Oh mein Gott. Fakt. Ähm. 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 Ich stelle wieder auf Normal. Das ist falsch. Aua. Eigentlich sind das Schwachste, dass ich auf Normal spiele. Weil jedes Mal in die Sterne tue ich es auf Einfachspiel stellen. Ah. Okay. Gut. Okay. Wir lassen es einfach auf Einfachheit und gehen jetzt nach Hause. Oh. Das wird so blöd jetzt sein. Ich will einfach nur nach Hause. Nach Hause. Nach Hause. Ich möchte nicht irgendwo im Wald mit den tausend Sachen hier sterben. Ich will einfach nur nach Hause. Wie ist das denn hier? Was ist das denn? Wow. Jetzt ganz schön tief runter. Ich sehe auch absolut gar nichts. Ey. Ohne Mist. So. So. Ist das gut, wenn wir da hochbauen? So. Keine Ahnung wo ich hier bin. Wird's jetzt bald mein Tag wieder. Ist ja schlimm. So. Guckt mal, ich sehe wo ich langgekommen bin. Wow. Jetzt mal ohne Spaß. Das ist gefährlich dude. Da sind schon du Dienst gestorben dabei ist. Ich sollte auch wenn so viel Flut zu reden sonst kommt noch wieder irgend so ein Wettbewerb an und meint Hey du machst ne Flut doch. Das ist bescheid ne. Da geht Dürüm, Dürüm und da. Oh mein Gott. Wir sind in einer Wüste. Ich hoffe mal, dass ich langsam nach Hause komme. Was ist das für eine Mucke? Ach, das haben wir schon lange nicht mehr gehört. Da freue ich mich. Ich bin eine Wanderdauer. So, ich höfst euch. Tut mir leid, Schwein. So, ich habe hier mal Schwein reingezogen und dann sind wir wieder fast full life. Super. Ich finde das lieb mega geil, muss ich sagen. Und dafür, dass das GEMA frei ist. Ich grü... Ahem. Ja. Was soll ich dazu jetzt noch sagen, ne? Okay. Ich frage mich, ob ich immer noch an einem alten Biom bin oder schon an einem neuen Biom bin. Naja, ob ich immer noch am neuen oder am alten bin. Was mich auch frage ist, ob ich überhaupt jetzt in mein richtiges Zuhause komme. Oder ob ich hier in mein altes komme. Das ist mir wirklich uncool, wenn ich jetzt auf einmal im alten stehen würde. Das ist mir gut so. Aber ohne Kompass ging es nicht mehr zurück. Das ist das alte. Ach komm schon. Echt Gitze? Da sind wir wirklich im Alten rausgekommen, das heißt der Kompass benutzt immer wieder zu unserem Rohstromzool, nicht zum Bett, ah das ist ja jetzt mega behindert, ey. Ah, möglichst würde ich jetzt losfliegen, aber ich will jetzt mal nicht hier weiter rumcheaten, deswegen laufen wir mal. Ich brauche hier mein Fleisch, sonst kriege ich hier nichts mehr drauf hin. Na gut, dann laufen wir heute den ganzen Weg noch mal, ach das ist doch, ah, ich wieso nicht. Ich würde jetzt sagen, vielleicht fehlt mir noch was interessantes, aber der Weg hier, den haben sie mir ja schon 2-3 mal abgegangen, da ist ja nichts interessantes. Na gut, dann halt noch einmal bei erbaulicher Minecraft Musik in die alten, neuen Gebiete zurück. Hier müssen wir dann irgendwann mal so eine Schiene hinbauen übers Wasser. Ich weiß, wir sind auch dabei, eine Verbindung durch die Hölle zu bauen, aber so eine richtig elendlange Schiene fände ich schon mega geil. Aber halt noch mega teuer. Und zeitaufwendig. Ich laufe mal in der Wüste noch ein bisschen lang, dann sparen wir mal ein bisschen Zeit, wenn wir das alles jetzt schwimmen würden. dann würde das ewig dauern. Dann würde das ewig dauern. Dann nehme ich die mal mit hier. Ich habe noch eins, super. Goooo! Hä? Seit wann geht von sowas das Boot kaputt? Na gut, ähm, eins, uuuuuuuuuuuu. Lalalalalalalala. Hallo? Rot. Wuuu. Ach, Quatsch. Wuuu. 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 Wie sieht man? Wuuu. Und let's uns hier anlecken? Ich kann mein Butzel bewegen, huii. Ach, juu. Tududu. Tu. Tu. Tudu. Tudu. N Ce. Alter, das stimmt. Ja. Dann fahren wir jetzt halt über medida. Die Frage ist wie lang? Ah, da ist es doch schon, siehst du. Ich komme. Ja, auf jeden Fall sind wir zu Hause angekommen, jetzt endlich. Ich finde ganz schön böse aus den Tintenwischen in dem Tick-Tscher-Berg. Von hier sieht man auch schon da oben unsere Gebilde. Stopp, okay, das war jetzt irgendwie klar. Na dann geht's auf nach Hause. Dann kann man den ganzen Spaß immer anlegen und zwar würde ich gern habe ich denn ein besonderes Pferd. Oh, das habe ich auch noch mal nicht gezähmt, das habe ich auch noch mal nicht gezähmt. Dann zähle ich dich halt. Moment, stopp. Acht legen. Äh, was haben wir hier? Schwerter. Essen. Rohstoffe, genau. Metall kommt dann logischerweise hier hin. Ähm, Blumen und so einen Spaß machen wir das, das haben wir hier. Dann kann man der ganze Koppels hier rein. Ahh, bei Rohstoffe, hab ich noch einen Diamanten gefunden. Wir haben's verstanden. Ok Lass dich thämen Lass dich thämen Lass dich Thämen Guck mal, wie geil das jetzt hier ist Alles voll so mit Zuckerrohr, sieht schon geil aus Lass dich thämen Na, was machst du jetzt? Ich bin mal der fertig Cowboy Ich stehe neben mir Lass dich thämen Lass dich thämen Lass dich thämen Hilfe Es ist außerhalb der Band Du entkommst mir nicht Glaub ich So Hallo, jetzt reicht's aber, Günther Lass dich thämen Mö Mö Ähm Tim Tim Was jetzt Hält du? Ich hab's Ich hab's Okay Sieht edel aus Doch Sieht edel aus Lass dich thämen Hab ich überhaupt noch satte? Los 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 Hab ich's? Hallo, Pferd 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 Mach was intelligentes Juhu Aber ich kann's nicht reiten Ich frage mich hier, dass mir in der Namensänderung geht Ob's jetzt nur bei Katzen und Hunden geht? Ich kann's nicht sagen Ich kann gleich mal da rein Dann brauchen wir noch was zu essen Dann brauchen wir noch ein bisschen Schweine und Dingsfleisch Das rohes Hühnchen haben wir auch noch Eine giftige Kartoffel Das ist nicht unbedingt, dass das mal essen sollte Melonen und Kürbis hatten wir auch schon Melonen und Kürbis Habe ich doch Kürbis mit gemacht Ja genau Pferd Tchuuuuhh. Gut, jetzt haben wir was zu essen. Wir haben Blumen, die kann ich da immer mal umnennen. Ja, ich kann nicht schlafen. Ein Monster da näher sind. Na dann räumen wir noch. Tu mal hier mal ein bisschen umrüsten. Also ein bisschen aufräumen. Ach, schön machen, mein Gott. Hab ich denn? Ich hab noch. Super. Dann räumen wir noch. Dann räuchte ich mal auf jeden Fall ein bisschen Wolle. Hab ich Wolle? Wolle nicht, aber ich könnte das da nehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich noch Wolle hab. Quarzstufen. Den. Da wurde ich gerade angeschrieben. Schusssicher. Es wird wichtig sein, was hier gerade angeschrieben wurde. Deswegen werde ich gleich mal rangehen. Und danach könnt ihr mich daran erinnern, dass ich noch was erzählen wollte über meinen neuen Job. Äh, ja. Da könnt ihr mich ruhig was daran erinnern. Haha. Oh mein Gott, ey. Manchmal, ne? Ähm. Eichenholz. Druckplatte. Falltür nehm ich ja mit. Äh. Angel. Wir können doch mal anfangen mit Angel. Pack mal einen, dann vergesse ich nämlich nicht. Und äh, bei den Special-Dingern kann ich mal die ganzen Platten hier reinlegen. Das auch. Zwei nehm ich mit, weil die möchte ich aufhängen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis pastiert eins. Segen Worte. Jens Vielen Dank.